Liebe Grüße aus Indien, wir sind hier gerade in Jaipur auf der Suche nach hochwertigen Shriyantra-Kristallen. Ja, wir versuchen beste Qualität, handgeschliffene, weil hochwertige Shriyantra-Kristalle tragen dazu bei, um eine effizientere Arbeitsweise der Ministerienarmoneanlage zu erwerben. Jaipur auf der Suche nach hochwertige Shriyantra-Kristalle. Ah, wir sind jetzt hier mitten in Jaipur in Indien auf der Suche und wir sind fündig geworden nach den Shriyantra-Kristallen, höchster Reinheit und in höchster Qualität. Eine ganz kleine Werkstatt, ein Familienbetrieb, den wir uns ausgesucht haben. Das ist der Bergkristall, woraus der Shriyantra dann hergestellt wird. Und so hier sieht das Stück dann am Ende aus. Und wird hier per Hand geschnitten. 1A-Qualität wird auch bei uns im Shop angemessen. Dass wir so einen perfekten dann bekommen, ja. Das ist ja für uns super, für die Anlagen. Zu Hause und so ist noch 1A-Qualität noch besser. Kann man ja die Struktur gesehen. Ist ja kristallklar. Das heißt, von diesem Produkt werden wir das hier erreichen. Die Steine werden in einem deutschen gemologischen Prüflabor auf Reinheit und Echtheit mittels Röntgenflurversenzanalyse geprüft und werden mit einem CE-Zertifikat ausgeliefert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017